Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Vlog von dem Proben von Natürlich Blond. Wir sind gerade mit dem Proben, wie man sieht. Übrigens ist hier direkt bei unserer Probebühne, die ja da hinter diesen Scheiden ist, hier ist jetzt unsere neue Hauptzentrale, da hinten wird gerade Nerds geprobt und hier, hier ist unsere Werkstatt direkt alles zusammen. Wie geil ist das denn jetzt, bitteschön? Gucken wir doch mal hier rein. Oh, hier sehen wir schon, hier wird fleißig gewerkelt. Oh ja. Hey, grüß dich. Hallo. Guck mal, der ist auch da, den kennen wir ja auch noch. Grüß dich. So, und hier ist jetzt nämlich die Werkstatt. Hier wird gebaut. Ja. Und gemalt. Und gemalt. Achso, jetzt sieht man gerade gar nicht. Schade, letztes Mal hatten wir so diese geile Tribüne hier, wo die Stühle draufgebracht sind. Das heißt, du kannst gleich die Kamera aussehen. Wie kannst du die Grünen fertig haben sehen? Ja, würde ich ja gerne, aber ich bin hier leider zum Film gebucht worden. Ich muss ja hier die Doku drehen. Ja, ja, ja. Ist das eigentlich der Ero-Tisch hier? Was? Der Ero-Tisch? Ja. Ah, das ist der Ero-Tisch. Hallo Steffi, Steffi ist auch da. Ja, ja. Jetzt können wir die ganzen Sachen hier direkt immer nah beieinander und so, ihr versteht schon. Oh, wir haben jetzt einen Hund, einen echten Hund, der aber nicht wirklich beim Stück mitspielt. Für alle Tierschützer da draußen. Ist der süß? Sag Hallo. Guck mal hier. Ah, guck mal, mag die Kamera. Guck mal da. Ja, ist ein kleiner Star. Das ist Snert. Snert heißt ein kleines bisschen. Perfekt für einen Chihuahua. Das heißt ein kleines bisschen perfekt? Nee, ein kleines bisschen. Snert heißt also ein kleines bisschen. Oder Erbsensuppe. Aber ich muss sagen, für einen Chihuahua ist er ziemlich groß. Er ist ein Einzelkind. Weil er ein Einzelkind ist. Ja. Weil er ein Einzelkind ist. Boah. Kann man ja nur lieb haben. Die Leute meinten, es ist ein Kuhhund. Es ist ein Kuhhund. Er hat dann voll die Erbsreihe. Eine rotbunte Farbe da. Langsam wird es pink. Ja, so langsam wird es wirklich pink. Das ist dann der echte Hund für das Stück. Anni, bist du sicher, dass das vorne ist? So, jetzt wird es wieder voll. Band und Bühne. Wir haben noch so einen Hund hier. Und der ist voll neugierig. Aber da ist ein Hund, der jetzt echt mitmacht, oder? Das sieht geil aus. Wie heißt er? Simba. Simba. Simba, guck mal. Guck mal. Simba. Simba. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, toll. Jetzt haben wir so viele Chihuahuas in dieser Produktion. Ausgerechnet in dieser Produktion. Und dürfen keine nehmen aus tierschutzrechtlichen Gründen. Wir haben neue Bandmitglieder. Einen neuen Schlagzeuger und eine Keyboarderin. Achso, nee, das ist... Was ist das denn? Computer. Was ist das denn? Boah, sie spielt alle Instrumente, die nicht da sind. Ja. Per Software. Wir haben jetzt... Software. Dennis dirigiert hier in diesem Stück. Die Band. Viel Spaß bei Software dirigieren. Ja, eigentlich solltest du mal ein Orchester werden, aber dafür ist nicht gereicht. So. Stehst du dann vor dieser Software und dirigierst? Nein, also sie spielt ganz normal mit, wie alle anderen. So. Na geil. Hier Doppelbesetzung. Motors. Oh. Und alle so. Wenn sich ein Hund die Eier leckt, dann sagt keiner was. Aber wenn ich das mache, dann sagen alle, lass den Hund in Ruhe. Ja, das ist doch gleich mal was ganz anderes. Heute wieder mit Band, Bühnenbau und Kostümen. Es geht natürlich los. Wir werden schon die Hüte anprobiert. Die Hüte, ey. Die Girls von der Eltern. Und sofort sind sie drin. Sofort. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Hör den Wind auf, sie wird reißen. Komm, sag ich sie. Ein Mann. Das ist ganz nett. Das ist zu modern. Typen mit sowas verprügel man gern. Hallo, ich bin der kleine König. Kalle Wirsch. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, wird vor Gericht gegen sie verwendet. Nach der Hölle, Ruf und Gord. Der Fack wird gehäß. Der Fack wird gehäß. Verlässung, der Not zu quacken. Auf flisches Blut. Mr. Kensington. Machen wir die Sprüche ein, oder was? Donald Kessler. Der hört sich mal an. Ein altes Mundstück übergab, weil er schwarz ist. Wer gibt's denn am ersten Tag, wo die schon Hausaufgaben haben? Sie haben schneit. Miss Woods. Miss Kensington. Zum nächsten Mal. Ein richtiger Stuhl. Hollander, 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 Hollander Herrscher. Ist. Was ist das? Kann das weg? Das ist nicht mal mehr gut. Und wofür braucht man das? Zahn. Zahn gut. Und frisier die grauen Zähne da oben drin. Unaut um die Angst gehen. Oder Cloud mit Zaun in Zintern. Voll! So, ihr Lieben. Das war's wieder, ein kurzer Einblick, es geht bald los und es gibt kaum noch Karten, wenn ihr noch Karten wollt, dann hier am 10., 12., 14., 16. und 18. spiele ich den Kellern und ich freue mich auf euch, bis dann, macht's gut!